Es ist auf alle Fälle eine Weltpremiere, dass wir mit so einem Instrument in die Philharmonie gehen. Es wird sicherlich auch einige Zuhörer geben, die sagen, dass man mit einem elektronischen Klavier in den würdigen Kammermusiksaal geht. Ich denke, es ist richtig, das zu tun, weil wir keine bessere Möglichkeit hätten, dieses Instrument zu präsentieren. Ich glaube, hier sind meine Scherz-D airport. Ich möchte diese Scherz-D hopeln und wünschen die geopolitanen, die in den Kielchen zu präsentieren. Ich möchte diese Scherz-Dip-K bizen an ein paar Spiele im Buch besuchen. Also ausgedacht hat sich die Idee, das Orchester selbst, das Piano vorzustellen, weil sie es einfach für eine tolle Sache halten. Und gesagt, ihr habt ja so ein tolles Instrument, das wollen wir gemeinsam mit euch auf der Bühne zeigen. Und unser Grand Hybrid wird als rein akustisches Instrument zusammen mit allen anderen akustischen Instrumenten im Orchester spielen. Das heißt, es gibt keinerlei Kabel und keinerlei externe Verstärkung. Meine Hoffnung ist, dass die Sorge und die Angst vor Technik überwunden wird. Und dass die uns nicht dazu führt, dass wir uns vor wichtigen Veränderungen und wichtigen Entwicklungen blockiert zurückhalten. 3. 5. 7. 10. 11. 12. 12. 13. Applaus 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 An dem Konzert hat mir besonders gefallen, dass es einen Dialog gab zwischen dem klassischen Flügel und dem Hybrid, also dass man das einfach hören konnte, wie die miteinander gesprochen haben, also die Unterschiede auch hören konnte. Ich mag auch richtige Flüge, richtige Klavier wirklich lieber, aber ich habe noch nie ein so tolles Digitalkärme gehört. War sehr überzeugend, muss ich sagen. Man merkt den Unterschied, das muss ja auch so sein, aber es ist durchaus ein vollwertiges Instrument. Ich bin nicht ein Fan von Elektronik Musik bis heute Abend. Es war eine gute Idee.